Erst im letzten Video haben wir uns ja über den aktuell frisch erschienen Comic Godzilla Kong The Hunted unterhalten, der die Vorgeschichte zum neuen Kinofilm aus dem Monsterverse, Godzilla Kong The New Empire, darstellt. Und ja, hier haben wir so ein paar Sachen besprochen, die bestimmte Filmfehlerchen oder eben auch Comicfehlerchen betreffen, die die Kontinuität minimal kaputt machen. Unter anderem bin ich hierbei auch einmal auf Godzilla vs. Kong eingegangen, nämlich auf den Moment, in welchem Godzilla einen Atomic Breath in die Erde reinschießt, der dann wirklich bis in die Hohlerde runterkommt. Mit der Argumentation, ja, das macht so eigentlich nach der eigentlichen Lore der Filme, die uns selber aufgebaut wurde, keinen Sinn. Denn uns wurde ja ganz klar erzählt, nein, Moment, um in die Hohlerde zu kommen, benötigen wir eben diese Portale, die uns direkt in die Hohlerde runterbringen. Und deswegen brauchen wir eben diese Raumschiffchen, die eben dann auch in Godzilla vs. Kong gebaut werden, beziehungsweise dieses eine, das dann eben auch da gebaut wird. Und das Ganze stellt einen relativ großen Teil des Plots dar. Deswegen mag es einem erstmal ein bisschen komisch aufstoßen, wenn man dann später im Film sieht, wie Godzilla einfach einen Atomic Breath in die Hohlerde runterschießen kann und die Kamera zeigt nochmal nach oben. Und wir sehen, ja, eigentlich kannst du auch einfach so da durchfliegen. Wir brauchen weder die Portale dafür, noch brauchen wir ein Raumschiff dafür. Das geht einfach so. Dann wurde in Monarch Legacy of Monsters noch das Axis Mundi eingeführt, was eine Zwischenwelt sein soll, die eben zwischen der Oberfläche der Erde und eben der Hohlerde existierten. Auch das macht jetzt ja irgendwie keinen wirklichen Sinn mehr, wenn man sieht, dass Godzilla einfach den Strahl in die Hohlerde runterschießt und, naja, das Axis Mundi einfach niemals dabei passiert. Das sind Sachen, die kann man ankreiden, ja. Ich habe mir allerdings auch gedacht, ey, wir hatten ähnliche Themen schon einmal gehabt, als wir auf dem Kanal hier relativ zu Anfang von Unknown Kaijuverse das Thema Jurassic Park 3 wirklich komplett auseinandergenommen haben. Generell die Jurassic Park Filme, da haben wir uns einige Ungereimtheiten geschnappt und haben die tot diskutiert, wie es wirklich hätte sein können, wie macht das Ganze irgendwie Sinn. Und gerade Jurassic Park 3 ist da ja sehr extrem, was nicht unbedingt Logikfehler angeht, aber was eben Ungereimtheiten angeht. Wer hat die Crew auf dem Boot gefressen? Warum ist der Spinosaurus so aggressiv? Wie ist Ben Hildebrandt gestorben? Warum träumt Alan Grant von einem Raptor, den er so noch nie gesehen hat? Also die ganzen Sachen haben wir ja wirklich erklärt und eben uns versucht, so plausibel wie möglich für uns selbst, für unser Inneres Selbst zu erklären. Die Playlist zu Jurassic Park 3 habe ich dir mal da oben verlinkt, ist vielleicht ganz interessant, wenn dich das mal interessiert. Denn ich dachte mir, komm, gerade jetzt, wenn das Monsterverse ebenfalls anfängt, hier und da kleine Fragezeichen aufzuschmeißen, schnappen wir uns doch einfach das Monsterverse und erklären ebenfalls diese Fragen. Ganz wichtig hierbei, die Antworten sind nicht zwingend Kanon. Wenn die Kanon sind, werde ich das Ganze im Video auch selber erwähnen. Wir werden uns allerdings hier mehr darauf fokussieren, für uns die möglich plausibelste Erklärung zu formulieren und eben herauszufinden, damit wir uns für unser Inneres Selbst eben die Geschichte runter machen können. In diesem Fall jetzt hier beschäftigen wir uns genau mit der Frage, warum kann Godzilla einen Atomic Breath Strahl in die Hohlerde feuern, ohne das Exus Mundi zu passieren? Und warum muss er dabei auf einmal doch nicht dieses Portal benutzen, um in die Hohlerde runter zu kommen? Und darauf gibt es eine Antwort. Ich habe mich da mal ein bisschen reingefuchst in die ganze Mythologie des Monsterverse und eben auch in die Mythologie des Exus Mundi. Und ja, in diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wir bauen die Nummer einfach mal ein bisschen etappenweise auf, würde ich sagen. Dann beschäftigen wir uns zuallererst mit der Frage, warum erzählt uns der Film zu Beginn, dass wir eine Art von Raumkapsel benötigen, was ja auch nochmal in Monarch Legacy of Monsters bestätigt wird. Die braucht man scheinbar, um in die Hohlerde runter zu kommen. Und warum ist der Plot zum Teil um diese Erschaffung dieser Reisemöglichkeit fokussiert oder eben fixiert? Und dann sehen wir einfach später, nö, Godzilla kann auch einfach ein Laserstrahl nach unten schießen. Und dann sehen wir ja sogar von der Kamera, der Kamerawinkl geht dann irgendwie nach oben. Und wir sehen sogar Kongs Blick. Und Kong kann durch das Loch in der Hohlerde nach oben gucken und sieht dann eben auch einfach Godzilla. Ist ein bisschen komisch. Die Erklärung hierfür könnte tatsächlich irgendwo auch im Kanon versteckt sein. Denn in Monarch selber wird das sogar mal minimal angerissen. Darauf bauen wir jetzt einfach mal auf, dass es hierbei nicht darum geht, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, in die Hohlerde zu kommen. Darum ging es nie. Es geht darum, so schnell wie möglich in die Hohlerde zu kommen. Plus eben noch den Fakt, dass man durch das Reisen durch diese verschiedenen Portale die gesamten Ebenen der Erde natürlich dann nicht mehr durchqueren muss. Das heißt, man umgeht quasi die gesamte Erdkruste durch das Reisen durch diese Portale und teleportiert sich mehr oder weniger durch diesen Strahl, den wir eben sehen, in die Hohlerde runter. Das ist natürlich für die menschlichen Figuren wesentlich einfacher, so zu reisen beziehungsweise auch die einzige Möglichkeit, so in die Hohlerde runterzukommen. Denn sonst müsste man ja eben wirklich ein Loch in die Erdkruste bohren, durch verschiedene Lavaschichten hindurch. Wer den Film The Core kennt, da muss ich irgendwie gerade dran denken, das umgehen wir eben alles. Das heißt, wir reisen durch diesen Strahl, der in die Hohlerde runtergeht, durch sämtliche Schichten durch, ohne sie allerdings wirklich physisch passieren zu müssen. Das macht so gesehen schon total Sinn, dass die Menschen es deswegen brauchen, diese Reisemöglichkeit, um in die Hohlerde runterzukommen. Trotz allem heißt das nicht, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Das heißt, die Möglichkeit, dass man in die Hohlerde durch sämtliche Krusten Löcher hindurchschießt oder bohrt oder was auch immer und so nach unten gelangt, die wurde ja nie ausgeschlossen. Diese Möglichkeit ist weiterhin da und die nutzt dann eben auch ein Godzilla, um mit dem Atomic Breath runter bis in die Hohlerde zu kommen. Dass dann Kong nach oben gucken kann und bis hoch zu Godzilla schaut, das lassen wir einfach mal der Logik des Monsterverse übrig. Das kann man jetzt wenig kritisieren in der ganzen Nummer. Allerdings würde das definitiv Sinn ergeben, warum brauchen die Menschen oder auch die Kaidu diese Teleportationslöcher, nenne ich sie jetzt einfach mal, um in die Hohlerde zu kommen? Naja, weil es eben a. schneller geht und eben auch, weil es b. zum Teil trotz allem die einzige Möglichkeit bleibt, in die Hohlerde runterzukommen. Ein Kong hätte jetzt nämlich zum Beispiel nicht einfach die Chance, einen Atomic Breath in die Erde reinzuschießen, um so in die Hohlerde zu gelangen. Das kann bisher zum Beispiel nur Godzilla. Von daher macht das jetzt doch, wenn man drüber nachdenkt, ein bisschen mehr Sinn. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, okay, den Punkt, den gebe ich dir möglicherweise. Die Menschen brauchen das oder die anderen Titanen brauchen diese Portale, um in die Hohlerde runterzukommen. Alles cool. Godzilla braucht es eben nicht zwingend, aber trotz allem kann auch Godzilla sich eben den gewaltigen Kraftaufwand sparen, mit einem Atomic Breath einen Weg in die Hohlerde runterzuballern, indem er einfach durch diese Portale durchswitcht. Das ist alles cool. Aber warum wird da nicht noch das Exus Mundi irgendwie kurz mal angerissen? Und da haben wir alle Denkfehler. Und ich sage ganz bewusst wir, weil auch ich diesen Denkfehler hatte, dass Exus Mundi wird in Monarch Legacy of Monsters eine Zwischenwelt beschrieben. Das Ganze wird so angedeutet, aber nicht wortwörtlich so gesagt, es wird aber so angedeutet, dass wir uns das so vorstellen müssen, dass die Erdkruste die obere Fläche ist. Ganz unten befindet sich dann eben die Hohlerde, wo wir eben hinreisen wollen. Und in der Mitte ist dann eben noch diese Zwischenwelt, die wir passieren müssen, um in die Hohlerde zu gelangen. Ich habe allerdings jetzt mal so das Exus Mundi, also die Brücke zwischen den Welten, einfach mal gegoogelt, denn die gibt es ja laut einer italienischen Mythologie wirklich. Und mal reingelesen, was das wirklich sein soll. Tatsächlich beschreibt dieses Exus Mundi auch in der wahren Mythologie einen Brückenweg, eigentlich zwischen Himmel und Hölle war es glaube ich gewesen, oder zwischen Erde und Himmel. In diesem Fall schieben wir die Schichten eben einfach einmal nach unten und wir fokussieren uns jetzt eben auf eine Brücke zwischen der Erdkruste, also unserer Erdoberfläche und eben der Hohlerde. In der wahren Mythologie ist das allerdings keine Zwischenwelt, die wir uns vorstellen müssen, dass die einfach wie so eine Schicht dazwischen hängt, wie so ein Lasagneblatt quasi. Nein, die Exus Mundi befindet sich außerhalb dieser Realitäten, was ebenfalls wieder Sinn ergeben würde, da ja dort die Zeit anders verläuft als in unserer Realität. Und die Zeit in der Hohlerde und auf unserer Oberschicht, die geht dann wieder gleich. Also da haben wir das selbe Zeitgefühl. Nur das Exus Mundi hat sich da so ein bisschen rausgewirrt. Und auch da hat man ja schon so ein bisschen angekreidet. Das macht einfach wenig Sinn, dass wir oben und ganz unten dieselbe Zeiterfahrung haben und dann eben in der Mitte, dann ist das irgendwie doch wieder alles ganz anders. Das Exus Mundi befindet sich nicht in der Mitte dieser beiden, naja, Ebenen, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern es ist quasi ein Portal oder eben eine Zwischenwelt, die außerhalb wie eine Brücke funktioniert, die aber abseits von Raum und Zeit ist, wie wir es kennen. Ich habe hier mal ein Bild eingeblendet, wie das Ganze in der echten Mythologie dargestellt ist. Das heißt, das Exus Mundi wird eben nicht zwingend durchquert, wenn man eben von der Oberfläche der Erde in die Hohlerde runter möchte. Das Exus Mundi ist ein Portal, welches zum Reisen benutzt wird. Mit diesem Portal reisen dann eben auch sowohl die Titanen als aber auch die Menschen und begeben sich außen herum. Das heißt, wir reisen nicht durch die Erde durch, nicht durch die ganzen Erdkrusten hindurch. Wir umgehen das Ganze, verlassen ganz kurz unser Raumzeitgefühl, unser Universum vielleicht sogar schon, und kehren dann zum Schluss unten wieder in unsere Raumzeit mit ein. Somit würde das ganze Konstrukt auch wesentlich mehr Sinn ergeben, denn das würde ebenfalls erklären, warum Godzilla eben bei seinem Atomic Breath-Strahl nicht durch die Exus Mundi hindurchkommt. Und es würde auch erklären, warum die Menschen, naja, quasi dann irgendwann in Godzilla vs. Kong in diese seltsame Zwischenwelt nochmal kommen, als sie gerade das Exus Mundi verlassen. Und wo man dann eben sieht, dass keine Gravitation mehr vorherrscht. Die Gravitation gibt es hier eben nicht, weil es hier auch keine wirkliche Raumzeit mehr gibt, was wir auch in Godzilla vs. Kong dann gelernt haben, da das Exus Mundi genau dieses Verhältnis von Raum und Zeit, wie wir es auf der Erde kennen, in unserer Welt kennen, verlässt. Bis wir dann eben wieder da unten einkehren und somit, naja, dann eben die Hohlerde betreten. Ich hoffe, ich konnte das Ganze hier relativ anschaulich erklären. Und ich muss sagen, wenn man das wirklich aus dieser Warte betrachtet, ist auch jetzt kein Eigenlook, das stammt ja nicht alles komplett von mir. Wenn man einfach diese Mythologie mal dahinter ein bisschen mehr betrachtet, was denn wirklich das Exus Mundi ist, da macht das schon ziemlich viel Sinn, wie das Ganze abgelaufen ist, dass wir eben beim Reisen in die Hohlerde das Exus Mundi immer wieder parallel zu uns haben. Und in Monarch Legacy of Monsters, da kommen sie ja nicht in der Hohlerde an, sondern sie verlassen das Exus Mundi zu früh und landen eben in dieser Zwischenwelt, wo dann auch die Zeit anders verläuft. Somit macht das Exus Mundi eigentlich genau das Gegenteil zu dem, was wir ihm eigentlich vorgeworfen haben, denn wir haben doch eigentlich alle gesagt, boah nee ey, das Exus Mundi macht alles nur noch viel komplizierter. Wenn man das Ganze aber jetzt mal so betrachtet, müssen wir sagen, nö, eigentlich erklärt das Exus Mundi tatsächlich genau diesen einen Logikfehler aus Godzilla vs. Kong dann doch relativ gut. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Sagst du ja? Kann man komplett nachvollziehen. Könnte man eben auch so stehen lassen? Habe ich da irgendeinen Denkfehler dabei? Schreibt mir alles in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.